Liebe Schacht-Community, na, hattet ihr nach einem Tag Vincent Keimer-Pause auf diesem Kanal schon so ein bisschen Entzug? Keine Sorge, jetzt kommt die Dosis, sechste Runde Akiba Rubinstein Memorial in Polonica Zdrui. Wie ich erfahren habe, wird das nicht Zdrui ausgesprochen, sondern Zdrui. Das hat eine Zuschauerin mir gestern mitgeteilt, die ich getroffen habe. Und da gehen wir rein. Er spielt in der sechsten Runde gegen Andrei Volokitin aus der Ukraine. 39 Jahre alt und die Nummer 64 der Welt. Ich muss ein bisschen nachschauen, wie alt er inzwischen ist. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon erzählt. Andrei kenne ich aus seiner Jugendzeit. Da war er 16, 15, 16. Da kam er mit seinem Vater aus der Ukraine mit dem Wagen, angetackert immer, angetuckert und hat in der Bundesliga gespielt, bei den Sportfreunden Katernberg. Ganz angenehmer Zeitgenosse, war ein riesen Talent. Ich würde sagen, ähnlich wie Vincent Keimer so in dem Alter. Hat dann auch die 2-7 erreicht irgendwann, vor 10 Jahren über 2-7 Elo gehabt. Jetzt ist er so ein bisschen abgerutscht, ist ein sehr, sehr guter Großmeister, Top 100 Großmeister in der Weltrangliste. Aber ich glaube, die besten Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Er konserviert seine Spielstärke, so knapp an der 2-7. Und ja, schauen wir mal, was hier passiert ist, oder? Klar. Vincent spielt hier C4. Ja, das scheint jetzt eine neue Waffe zu sein. Oder beziehungsweise die aktuelle Waffe. Erstens C4, englische Eröffnung. Springer F6. Springer F3. C5. Das ist die sogenannte symmetrische Variante. G3. Hier gibt es unfassbar viele Optionen für beide Seiten. Alles, wo man nichts einstellt, ist schon gespielt worden. Springer C6, Läufer G2. D5. Ab ins Zentrum mit dem Bauern. Er wird genommen jetzt. C, D5, Springer D5. Ich meine, dass Maxima Scheler-Graf diese Variante häufig gespielt hat mit Schwarz. Springer C3. Und jetzt geht Schwarz prophylaktisch zurück nach C7 mit dem Springer. Das ist noch nicht notwendig, denn es droht jetzt eigentlich noch gar nichts. Aber viele Spieler gehen hier prophylaktisch mit dem Springer zurück. So, jetzt gibt es hier Ruhade. D3 oder so. Aber er spielt hier A3. Das ist der dritthäufigste Zug in der Datenbank. Liebäugelt wahrscheinlich mit dem Zug B4 in manchen Situationen. Deckt das Feld B4. Aber Schwarz kümmert sich nicht drum. Spielt G6. Möchte hier den Läufer 4 entkettieren nach G7. Und das nimmt Weiß jetzt zum Anlass hier mit H4 loszulegen. Ganz typisch gegen diese Bauernformation mit H4 am Königsflügel zu attackieren. B4 letztendlich bleibt erstmal da. Der B-Bauer bleibt erstmal da, wo er ist. So, Läufer G4. Sieht sehr natürlich aus. Deckt das Feld H5. Und jetzt kommt schon ein neuer Zug hier. Die Stellung ist auch noch, ist jetzt auch nicht so viel gespielt bisher. Diese konkrete Stellung. Beispiele Dame B3. Also Vincent entkorkt hier was Neues an der Stelle. Natürlich mit Computerunterstützung. Das hat er sich mit Sicherheit angeschaut. Und das ist auch einer der ersten Züge, die Stockfish anzeigt. Der Bauer B7 hängt. Und Springer G5 ist hier eine sehr unangenehme Drohung. Kleine Drohung. Tatsächlich spielt Volokitian richtig weiter. Läufer G7. Ziemlich schnell. Das hat er ja wohl noch irgendwie mal sich angeschaut. Springer G5 ist jetzt natürlich sinnlos wie ein kurzer Hochhade. Aber man nimmt jetzt diesen Bauern auf B7 hier. Dame B7. Schnapp. Der Läufer geht zurück nach D7. Deckt den Springer C6. Und jetzt droht Turm B8 mit Gewinn der Dame. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil der ganzen weißen Spielweise. Weiß muss jetzt schon wieder die Dame ziehen. Dame B3. Turm B8. Dame D1. Ja. Aber ihr seht es. Vincent hat das ja alles natürlich schon analysiert gehabt. Denn er hat in der Eröffnung noch überhaupt keine Zeit verbraucht. Hat aber sehr viel Zeit gekostet. Dieses Manöver mit Dame B3. Dame B7. Dame B3 zurück. Der Schnapp. Dame D1. Vier Züge mit der Dame. Dafür hat man einen Bauern gewonnen. Also Material für Zeit wurde hier getauscht, getradet. Schwarz hat definitiv Kompensation für den Bauern, weil er alle Leichtfiguren im Prinzip im Spiel hat und den Turm hier aktiviert. Es geht weiter mit Läufer E6. Aber wir sehen, Volokitian dachte hier 35 Minuten nach. Er war hier jetzt out of book, wie wir schön sagen. Es droht der Gewinn der Dame mit Läufer B3. Die weißen Felder sind ja geschwächt. Das Gute ist, Vincent hat das wohl... Ne, er dachte hier auch das erste Mal länger nach. Fast 20 Minuten. Und spielt Dame A4. Er reagiert korrekt, greift den Springer an. Läufer D7 zurück. Die D ist jetzt ein Springerabzug, wobei man sagen muss, so eine Riesendrohung ist das nicht. Deswegen spielt er hier D3 in aller Ruhe, macht hier die Diagonale für den Läufer frei. Springer D4, greift die Dame an und jetzt muss die Dame zum sechsten Mal ziehen. Dame D1 zurück. Natürlich, wenn die Dame angegriffen ist, dann muss man natürlich ziehen. Läufer C6 fesselt hier den Springer. H5. Weiß ignoriert das einfach mit H5 hier. Springer F3, Läufer F3, Läufer F3, EF3. Jetzt ist hier ein schwacher Bauer entstanden. Zwei Leichtfiguren wurden getauscht. Rujar. Schwarz spielt normal weiter. Hg6. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier schon nehmen sollte. Ich glaube, viel flexibler wäre hier König F1 sofort. König G2. Dieses Manöver wird in der Partie auch kommen. Das ist Licht auf der Hand. Und den Tausch eventuell verzögern. Vielleicht hat man ja irgendwann noch H6 strategisch. Aber gut. Er nimmt raus. Hg6. Hg6. Öffnet die H-Linie. So. König F1 erstmal. Wir müssen uns um den König kümmern. Weiß hat nichts im Spiel. Und der König soll wenigstens hier auf G2 in Sicherheit gebracht werden. Hinter diesem Konstrukt hier. Das ich richtig rot eingezeichnet habe. Dame D7. Verbindet die Türme. Will wahrscheinlich hier die Turm D8 spielen. König G2. Turm Fd8. So. Jetzt greift Schwarz den schwachen Bauern D3 an. Wie greift jetzt hier Weiß an? Mit Dame G1. Will nach H2 gehen und auf der H-Linie attackieren. Etwas besser ist hier Läufer H6. Es gibt hier eine Pointe. Und zwar wenn Schwarz gierig ist und auf D3 nimmt. Dann können wir auf G7 schlagen. Und hier darf Weiß nicht die Damen tauschen. Hier gibt es eine überraschende Ressource. Und zwar Läufer E5. Mit der Idee Turm H8 matt. Wenn Schwarz den Turm nimmt, dann nimmt der andere Turm. Dann droht immer noch matt. F6. Läufer C7. Und Weiß gewinnt am Ende. Eine ganze Figur. Weil er einen der beiden Türme schlägt. Nach Läufer E5 gibt es auch F6 sofort. Dann müssen wir die Damen nehmen. Aber dann ist dieses Endspiel hier eine Katastrophe für Schwarz. Wegen diesen Bauerninseln. Das ist ja gruselig. Das ist schon gewonnen für Weiß. Zu viele Bauernschwächen. Ja, Dame D3. Läufer G7 müsste Schwarz nehmen. Dann hätte aber Dame E1 hier Vorteil für Weiß gebracht. Wegen diesen Zügen hier. So, Läufer H6 war auf jeden Fall eine Option. Er spielt aber Dame G1. Mit der Idee Dame H2. So, Dame H2, Dame H7 ist zu gefährlich. Schwarz hat keine Zeit für Dame. Schlägt D3. Und macht F5. Macht hier Platz für den König. Jetzt kommt Läufer H6. Mit der Idee, den Königsflügel weiter zu schwächen. Und damit Dame H2 anzugreifen. Und das ist hier die kritische Stellung. Volokitin ist runter auf 20 Minuten. Vincent auch auf 24 Minuten. Das heißt, beide hatten super viel Zeit. Auch schon verbraucht. Bis hierhin war die Partie relativ linear. Da gab es nichts zu kritisieren groß. Nee, eigentlich gar nichts. Und es war jetzt, waren auch viele relativ, wir sind ja erst bei Zug 23. Und jetzt kommt ein Fehler. Schwarz denkt, wie lange nach? 18 Minuten ungefähr. Und er ist gierig. Er sieht, er hat einen Bauern weniger. Allerdings greift er aber auch zwei schwache Bauern an. Ich denke, langfristig ist das alles völlig okay, wenn die Bauern so schwach sind bei Weiß. Er hätte den Läufer unbedingt auf dem Brett lassen müssen. Ganz typisch. Dieser 4-Kette-Läufer schützt den eigenen König. Läufer F6 hätte er unbedingt spielen müssen. Und dann mit der Idee, eventuell E5. Sagen wir mal Läufer F4. Läufer F4 möchte die Engine unbedingt spielen. Weiß ich gar nicht warum. E5 und Läufer E3 zurück. Springer E6. Hier wird der angegriffen. Springer E6. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass hier Weiß noch irgendwie einen großen Angriff hat. Weil Schwarz alles deckt hier. Also Dame A2 würde überhaupt nichts drohen. Die Felder sind alle gedeckt. Dann könnte ich hier auf B2 nehmen. Also hier würde ich mir fast schon eher Sorgen machen für Weiß. Weiß ich nicht. Die Engine sagt, ist ausgeglichen. Klar. Aber ich sehe keinen Angriff. Muss ich gestehen. Und wie gesagt, hier ist ein Angriff. Dame D3 könnte eventuell drohen. Wie auch immer. Volo Kittin denkt 18 Minuten nach. Lässt den Läufer nicht auf dem Brett. Und spielt Turmschlägt B2. Und jetzt, ihr seht es schon am Balken. Das geht nicht. Läufer G7, König G7. Und jetzt ist der König alleine gelassen. Dame C1. Wunderschöner Zug hier. Überhaupt, die Dame, die ist hin und her auf der Grundreihe. Richtig cool. Ja, der Turm muss zurück. Geht zurück nach B8. Dame A6 Schach. König F7. Und jetzt spürt man schon. Boah, der König ist aber ganz schön alleine gelassen hier. Dame A7. König F6. Dame A4. Das ist alles richtig. König G7 zurück. Und wahrscheinlich dachte sich Volo Kittin. Ja, eigentlich ist er ein sehr guter Rechner. Ich kenne das noch von früher. André ist in seiner Jugend, in seinen 20ern, war er ein unglaublicher Taktiker. Da brannte immer das Brett eigentlich in jeder Partie. Insbesondere mit Weiß war er ein unglaublicher Attacker und Angreifer. Also er kann gut rechnen. Und wahrscheinlich dachte er sich hier, ja, mein König steht schon offen. Ja. Aber ich sehe kein Matt. Also sehr konkret gedacht. Stimmt aber nicht. Turm Ae1 droht hier. Springer E6 blockt. Und hier hatte Vincent 17 Minuten Zeit. Und spielt damit C4. Überlegt 11 Minuten. Hier gibt es aber einen sehr schönen Gewinn mit dem natürlichen Dame H7. König F6. Aber wo ist der Gewinn? In der Tiefe ist das sehr schwierig zu erkennen alles. Ich bin mir sicher, dass Vincent hier einiges berechnet hat. In diesem Kontext hier. Und hier wäre das wirklich so Michael-Thal-mäßig gewesen, wenn er Springer E4 gespielt hätte. Wenn er die Partie so zu Ende geführt hätte. Springer E4. F E4. D E4. Es droht hier E5 Schach. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten. Ich zeige nur eine Variante, damit das nicht zu unübersichtlich wird. Springer D4. Macht hier Platz für den König. Turm A6. Turm G8. Und hier, bumm. Turm G6. Was ist das denn? Turm G6. Jetzt hat Weiß. Turm und Springer weniger. E5 Schach. König E6. Dame G6. Ja, ihr werdet vielleicht fragen, warum nicht König F5? Wegen dem hier. Dame A3. Gewinne ich mindestens die Dame, aber das wird matt. König F4, F4. König G5, F4. Das ist matt. Ja gut, man kann den Turm hier natürlich auch opfern. Das ist auch matt direkt. Also König E6. Dame G6. König hier. Es sieht so aus, als ob er hier vielleicht wegläuft. Aber Dame E4 Schach. So, König C4 kommt, Turm C1, König auf die B-Linie und Turm B1. Dann gewinne ich hier den Turm am Ende. Also geht der König hierhin zurück. Und jetzt Dame G4 Schach. Oh, doof. Springer F5. Dame G6. Was für ein Zickzack-Manöver. König D5, Turm D1. Und gewinnt. Und wieso gewinnt das jetzt hier? Warte mal. Was ist mit Springer D4? Dame E4. Ah, König E6. Und jetzt Dame G4 ist die Dame weg. Der Springer ist jetzt hier, ja nicht gefesselt. Der kann natürlich da hin, aber dann nehme ich die Dame. Und wenn der König hierhin geht, hatten wir schon die Stellung. Da kommt hier der Gewinn auf der B-Linie des Turmes. Ihr seht, es geht sehr, sehr weit. Sehr tief. Und nicht wirklich eine Kritik an Vincent, dass er es nicht gespielt hat. Weil natürlich hier an der Stelle steht Weiß schon so, so gut, dass er das wahrscheinlich nicht riskieren wollte. Beziehungsweise irgendwo vielleicht in der Variante sich verrechnet hat. Er spielt hier was anderes. Er spielt Dame C4. Auf den ersten Blick sieht das unnatürlich aus, die Dame von der Haarlinie wegzuziehen. Aber wenn ich keinen Gewinn sehe nach Dame H7 in meiner Vorstellung, dann mache ich Dame H7 nicht. Weil ich will ja auch einen Follow-up haben. Der Zug ist auch gut. Turm B6. Es ist tatsächlich sogar der zweitbeste Zug. Springer A4. Turm C6. Springer B2 deckt hier den Bauern und bereitet sowas wie Dame C1, Springer C4 vor. Und wir sehen ja auch, Volokitien hat auch kaum Zeit. Turm Healen. Turm B6. Und Dame C1 wieder. Der Angriff auf der Haarlinie versiegt nicht. Turm Bb8 zurück. Das ist natürlich nicht gut. Hier gibt es bessere Verteidigungszüge. Zum Beispiel F4. Um die Diagonale zu schließen. Dann gibt es natürlich aber sowas wie Turm E4. Und dann Springer C4, Springer E5. Mit starkem Angriff. Vielleicht sogar Turm F4 hier. Springer F4, Dame F4. Und dann mit einer Qualität weniger hier den Angriff vor Ort führen. Aber F4 wäre logisch gewesen hier. Um die Dame nicht wieder reinzulassen. Aber Volokitien war hier so ein bisschen... Ja. Er hat auch keine Zeit mehr, ne? Turm B8 zurück. Wahrscheinlich wollte er hier auf der Haarlinie opponieren. Aber jetzt kommt Dame E3. Springer F8 zurück. Was ist jetzt mit Turm B6? Ja, Turm B6 kommt hier. Dame E5 Schach. Und dann hier rein. Deswegen Springer F8. Jetzt Springer C4. Jetzt steht der Springer auch noch top. Kommt mit Springer E5 in den Angriff. Die Probleme um den König verschwinden nicht. König G8 zurück. Dame H6. Und hier gab Volokitien auf. Er hatte keine Zeit mehr. 36. Und es droht Dame H8. König F7. Springer E5. Mit Gewinn der Dame. Und dagegen kann man nichts machen. Auch wenn die Dame irgendwo hingeht. Wo soll die Dame überhaupt hin? Hier hin. Dame D4 vielleicht. Dann kommt Springer E5. Deck dieses Feld. Und dann ist Dame H8 matt. Da kommt man noch nicht mehr raus. Das ist der Nummer. König F7 geht ja nicht. Wegen Springer E5. Ja. Aus die Maus. Also. Irgendwie erstaunlich. Wie Vincent seine Partien gerade gewinnt. Hier bei diesem Turnier. Ratzfatz. Wir schauen mal auf die Tabelle. Und auf die heutigen Ergebnisse. Allerdings ist das Turnier noch nicht. Die sechste Runde noch gar nicht beendet. Vincent im Schnelldurchlauf gewonnen. Hier zwei weitere Remis. Kein anderer gewinnt hier in dem Turnier. Außer Vincent. Außer Duda. Der hat auch noch eine Partie gewonnen. Wojtaschek gegen Navada Remis. Bartel gegen Sadana Remis. Zwei Partien laufen noch. Und ihr seht es. Da zeigt der Balken kein Vorteil an. Für einen der Spieler. Also. Guckt euch mal diesen Vorsprung an. Nach sechs Runden. Fünfeinhalb Punkte aus sechs. Heftig. Zweieinhalb Punkte Vorsprung. Vor Woytaschek, Navada, Duda, Sarana. Wahnsinn. Und mit Weiß hat er jede Partie bisher gewonnen. Wir schauen mal. Ganz kleinen Blick auf die Live-Chess-Ratings-List. Ist da die. Der Sieg schon eingearbeitet. Vincent Kaima. Plus 21,8. Nummer 16 der Weltrangliste. 2,47. Aber wie korrekt festgestellt wurde. Er war schon die Nummer 12 der Weltrangliste. Also er war schon mal besser platziert. Und das ist natürlich die Live-Weltrangliste. Aber. Natürlich eine super. Super. Moment gerade. Drei Runden sind noch zu spielen. Er spielt noch gegen Navada. Duda natürlich. Der beste Spieler im Turnier nominell. Und Sam Shankland. Das sind noch harte Gegner. Gegen Navada hat er schon häufig gespielt. Und auch gewonnen. Ja. Ein Fehler eigentlich nur in der Partie. Turm schlägt B2. Ansonsten hat Lovolokitin eigentlich auch gar keinen Fehler gemacht. Hinterher noch ein paar Ungenauigkeiten. Aber Turm B2 war der entscheidende Fehler. Lies den Tausch der Läufer zu. Den Läufer hätte er auf dem Brett halten müssen. Damit Schwarz sich verteidigt. Besser verteidigt. Und so ist der Angriff durchgegangen. Alles klar. Läuft super für Vincent. Ich hoffe bei euch auch. Bei mir auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Hä? Du bist immer noch am Start? Du hast dir tatsächlich das gesamte Video bis zum Ende angeschaut? Daumen hoch. Und. Nicht vergessen. Kanal abonnieren. Falls du das nicht gemacht hast.